Wir sind jetzt hier auf der Amphagala seit 20 Jahren dabei, einer der Unterstützer, die seit vielen Jahren auch immer mit Ideen mithelfen und es habe mich gefreut, dass sie mich dieses Jahr auch als Vice Chair mit in die Einladung gesetzt haben und in der Tat, wir helfen alle mit, damit hier eine große Summe zustande kommt und die Stars sind ganz toll, dass die eben auch hier mitkämpfen und jeder bringt sich ein und das ist vielleicht eine der spannendsten Veranstaltungen in Europa. J.-M. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss.